Die dritte Frage ist, kann man für ein verstorbenes Verwandten Opfertier, also in seinem Namen, opfern? Also es gibt ein Hadith, was auch Sheikh Al-Wan authentisch gestuft hat, am Tag der Opferfesttage, der erste Tag, zweite und dritte Tag, bei Allah gibt es keine bessere Tat, als Opfertier zu schlachten. Das heißt, wenn man an diesen Tagen was Gutes machen möchte, ist das beste Tat, was man machen kann, ein Tier zu opfern. Und genauso Opfertiere für die Verstorbenen in ihren Namen zu schlachten und zu spenden und das Essen an die Bedürftigen zu verteilen, ist erlaubte Taten, darf man machen. Das heißt, man schlachtet für sich selber und man sagt auch hier für meinen verstorbenen Vater, Mutter, Bruder, Tante und so weiter, kann man zusätzlich schlachten lassen am Opferfesttag, dass das dann auch die Belohnung für diese Gestorbenen ankommen soll. Denn der Prophet sagt, bevor das Blut des Tieres den Boden berührt, ist es schon bei Allah angekommen. Das heißt, diese Belohnung und diese Zufriedenheit von Allah, die Aufnahme in Allahs Barmherzigkeit, ist schon erreicht worden.